Hallo Leute, herzlich willkommen auf King of the Star No Gaming und heute spielen wir mal wieder, wie ihr hier sehen könnt, eine Runde King of Vitae. Und heute werden wir mal ein bisschen hier mit meinem Mitarbeiter, denn ich habe in der letzten Folge, schaut euch die gerne an, der Link ist dazu in der Videobeschreibung, beziehungsweise ihr könnt am Ende des Videos auch einfach auf das Video klicken, ihr könnt auch gerne vorspuren, ihr müsst jetzt nicht das ganze Video hier angucken. Auf jeden Fall habe ich hier einen Mitarbeiter gekauft und gekauft, nicht gekauft, ich meine natürlich nur zum Dingsen, zum Arbeiten und ja, der hat hier Pause und alles. So, gut, ich würde sagen, wir gehen mal rein in die gute Stube und beginnen den nächsten. Mann, jetzt habe ich einen Schulkauf, tach. Zinsen, Null. Hä, warum habe ich denn Null Zinsen? Okay. So, normalerweise, da kommt auch mein Paket Ding ins. Na, ich gehe mal kurz schneller. So, James ist jetzt hier mein Mitarbeiter, da kommt er jetzt hier hin. Hallo, Chef, ich bin auf dem Weg. Das freut mich. Müsste jetzt tatsächlich sein, dass er jetzt hier drin ist? Aber ich packe jetzt hier mal alles raus. So. Moin, James! Okay, wir haben glaube ich neue, das sind jetzt Damen. Ja, also Damenbekleidung. Hosen. Ey, Hosen. So. Hm. Ja, ja, und neue. Okay, wir haben nur diese Hosen neu gekauft. Gut. So, E und Artikel aufwählen. Okay. Gut. Gucken wir mal kurz hier. Kleider. Genau, denn ich habe nie neue Kleider gekauft. Excuse me. Nee, ich kann gerade nicht tatsächlich. Hm. Das hier ist ein Neu. Ach nee, das ist einfach nur ein Hofel. Was möchtest du? Ich bin nicht sicher, was ich suche. Was können sie mir empfehlen? Hm. Diese Hose hier. Interessant, erzähl mir mehr. Hey, got a second. Mann. Thanks. Ja, ja, bitte. Lass mich mal hier kurz die Artikel auffüllen. So, irgendwie fehlt von den Schwarzen ja tatsächlich welche. Aber gut. Habe ich noch neue Schuhe? Ah, ich habe neue Schuhe tatsächlich. Nämlich für die Frauen auch. Hier, Schuhe. Lässig. Äh, ich habe doch neue Schuhe gekauft, Mann, ey. Gut, dann gehen wir mal kurz ins Lager. Vielleicht ist nämlich dort alles. Oh ja, hier sind wieder. Hier sind die Schuhe und die Hosen. Hier sind sie. Okay, ich habe jetzt auf jeden Fall irgendwelche Hosen geholt. So, Artikel bearbeiten. Darmbekleidung. Hosen. Ne, das sind nur die. Das sind jetzt nur die blauen, ne? Ah, hier. Äh, sind das jetzt nur die für den hier? Oder was? Aber hier sind ja... Warte mal. Hosen. Schwarz und diese grauen. Die grauen sind neu. Das heißt, ich pack mal die grauen hier drauf. Ja, jetzt haben wir noch weiß und grau. Okay. Und diese hier sind schon wieder leer. Was möchte ich? Hey, can you help me? Hey, can you help me? Thank you. Thanks. Ja, ja, bitte. So, James macht Pause. Okay. So, jetzt spring ich hier eben kurz für James ein. Ich glaube tatsächlich, wir machen aber schon mehr als... Äh, die... Als... Als, ähm... Im letzten Video. Ich sag, gestern, hä? Ich glaube, wir machen tatsächlich jetzt mehr, gell? Ne, ich helfe dir jetzt nicht, Mann. James, komm wieder her. Aber zackig. So, das hier sind doch Frauenhosen. Jetzt kann er die mal bitte nehmen. Der nehmt die schon wieder nicht. Ach, komm, Junge. Weiß ich wieder nicht, was er geholt hat. Füllen wir hier mal kurz wieder alles auf. Bearbeiten. Damenbegründung. Tops. Tops meine ich nicht. Töpf. Hosen. Ja, das sind wieder die blauen. Hi, is there two seconds? Nein. Ah, endlich. Die Sneaker hier. Bats. Herrenbekleidungsschuhe. Excuse me. Na gut, hier ist eigentlich die weiter. So, jetzt sind die zwei weiteren Schuhe. Zack. Die kann ich noch auffüllen. Die kann ich noch auffüllen. Ah, gibt's nicht mehr. Ist ausverkauft. Die schwarzen sind tatsächlich ausverkauft. Hey, hast du die noch auffüllen? So. Ja, dir kann ich helfen. Wer kauft. Warum willst du einen Rock beginnen? Kaufen, meine ich. Ja, wobei, du kannst ja... Jeder, jeder Mensch kann tragen, was er will, ne? So, wenn, wenn der hier heute noch ein Kleid haben will, dann kann er das auch gerne nehmen. Äh, kaufen. Will die echt direkt die Schuhe kaufen, oder was? Oh. Oh. Uh. Ach, schade. Die wollte, aber ich bin zu dünn gewesen. So, alles wieder auffüllen. Hallo, ich komm hier nicht raus. Bartikel bearbeiten. Herrbegleitung, Hosen. Die weißen hier. So, ist das echt ne... Oh. Gut. Castle clothes. Hier, die weißen. Pack ich mal, statt die blauen, die rein. Werk auf Beginn. Ja, ich mach dich sehr glücklich damit. So, jetzt noch mal ein bisschen davon. Und so. Ja, gut. Er wird diesmal nicht freundlich. Ey, ich wollte grad kommen, du blöde... Äh, was? Ich hab gar nichts gesagt. Entschuldigung. So, jetzt kommen hier noch diese Schuhe und dann nochmal neue Hosen. Und jetzt hab ich auch alles. So. Jetzt müssen es tatsächlich die Hosen sein, oder? Da haben wir Kleidung. Hm. Nee, sind wir tatsächlich wieder die blöden Scheiß-Teil-Hosen. Die blöden Scheiß-Hosen hiervon. Hier. Jetzt hab ich hier einmal was. Was? Also, die grauen sind die. Ey, warum hab ich denn hier zweimal die grauen drin? Machen wir die... Kann ich die nicht hier wieder rausnehmen? Artikel einpacken. Das und das. So. Gut. Das hier sind jetzt die grauen, also die hier. Hm-mm. Das sind die schwarzen und das hier sind die weißen. Ja. So, und jetzt Artikel... Nochmal auffüllen. 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 Auffüllen geht nicht mehr. Gut, dann kommen jetzt hier noch die neuen Schuhe drauf. Ähm... Ähm... So, Verkäufe nachbestellen. Also, die wurden hier alle verkauft. Also, die wurden hier alle verkauft. Alle hinzufügen. Ähm... Warte, machen wir hier mal von... Ja, fünf. Hier von fünf. Hier von fünf. Das kostet jetzt alles... Ähm... Wird jetzt alles ein bisschen teurer. Na gut. Hier können wir nur die nehmen. Ähm... Okay. Gut, dann haben wir jetzt erstmal, glaube ich, genug, oder? Artikel bestellen, ja. Stellung aufgegeben, okay. Jetzt sind wir wieder arm. Ich würde sagen, wir machen jetzt hier noch einen Tag. Eine kleine XXL-Folge hier. So, Zinsen müssen wir natürlich wieder nicht bezahlen. Wir sind jetzt auch komplett arm. Wir haben nur noch 19 Dollar. Äh... Ja, gut. Ich glaube, ich würde jetzt auch mal sagen, dass wir hier kurz mal noch so eine neue Palette gleich hinpacken werden. Aber jetzt warten wir erstmal, bis der hier liefert. Und bis wir auch auf jeden Fall auch das Geld haben. Ich glaube, ich habe gar nicht mehr so viel Geld, ne? Na, wir packen jetzt hier einmal alles aus. Also, 1.500 müssen wir jetzt toppen. Wenn wir das getoppt haben, dann haben wir auf jeden Fall reichlich gutes Geld. So, gehen jetzt erstmal hier hin und bügen einmal hier alle Produkte neu hinzu. Die habe ich hier erst neu gemacht. Geht nicht. Die aber hier. Okay, so. Gehen wir mal ins Lager. Hier nochmal das hier alles. So. Nochmal irgendwelche Rosen, die ich hier gerade genommen habe. Mann, was ist das denn jetzt hier alles gewesen? Ja, ich kann hier nichts draufpacken. Ah, aber die Schuhe. Das sind jetzt nur die unteren, ne? Aber jetzt habe ich hier... Ja, jetzt habe ich hier die ganzen Schuhe voll. Okay, geil. So, gehen wir mal... Okay. Gehen wir mal ins Lager. Packen hier einmal alles aus. Wie teuer ist denn jetzt hier... Wie teuer ist denn jetzt hier die Lager-Einheiten? 65 nur? So, jetzt kann ich nämlich ein Meer hier platzieren. So. Jetzt ist das Lager voll, oder was? Also, das Lager ist echt... Groß. Äh, klein meine ich. Nicht groß. Wir haben ja aber noch Platz für den dritten und vierten, sehe ich gerade. Rosen. Hier gibt es auch noch weiße und schwarz. Hey, have a minute. So, und Damen sind hier. Damenbekleidung. Cheapstuit. Hm. Hier sind anscheinend neue. Jetzt kommen hier erstmal neue Hosen drauf. So. Zack. Gut. Dünn, dünn. Boah, ist hier viel, ey. Ah, hier sind die ganzen neuen Hosen. Äh, die ganzen neuen? Ich meine, hier sind die ganzen Hosen. So, jetzt habe ich hier doch auch Roto. Habe ich gerade gesehen. Bin die Schuhe da nicht. Hat einer gerade geklaut? Wir haben einen Verlust verhindert. Danke. Da wollte die Klauen, habt ihr es gesehen? Gut. Ähm, Herrenbekleidung. Hosen. Hosen. Hier sind Hosen für die Herren. Ich habe viel mehr für die Herren als für die Frauen. Okay, haben wir dann hier noch irgendwie Hosen, die jetzt nicht benutzt werden? Ja, die blauen hier. Gut, dann packen wir hier einmal die blauen rein. So. So, gucken wir mal, ob wir hier auch die Schuhe reinpacken können wieder. Ja, jetzt, guck mal, jetzt sind hier wieder ganz viele Schuhe. So. So. Perfekt, jetzt haben wir hier wieder schöne Klamotthos. Wow, eine Hose. Aha, jetzt haben wir hier doch eine neue. Packen wir die mal hier hin. Okay, so, jetzt haben wir einmal die blauen und einmal die, ne? Cheap Street. Sind das auch dieselben? Ich glaube schon. Keine Ahnung. So, füllen wir die auch nochmal auf. Jetzt haben wir hier nämlich schon drei Hosen für die kleinen hier. Der macht Hause. In der Tür. So, wir müssen jetzt einmal die Kasse machen. Also, wir können es tatsächlich schaffen, heute mal ein bisschen mehr als 1500... ...zuschaffen. So. Zack. Die zweite hier. Oh, wir haben wieder neue Schuhe, sehe ich gerade. So. Okay, Damenbekleidung. So, jetzt haben wir einmal die blauen, dann die türkisen und die pinken. Ja, so. Passt doch jetzt hier alles. Hey. Das hier nochmal auf. So. Das hier nochmal aufhören. Geht nicht, weil wir keine Schuhe mehr haben. Füllen wir das hier nochmal auf. Und die Weißen haben wir auch nicht mehr. Ich glaube, wir machen heute, ähm, Plus. So. Nein, ich kann denen nicht helfen, weil ich hier gerade was erledigen muss. So. Was wollen sie denn? Nein, gehen sie weg. Kann die immer noch nicht neu machen. Aber jetzt Schuhe. Ja, jetzt sind hier die... Ach, das sind die ja. Ach, das sind die ja. Sneaker, Steelful Sport. Kaufen denn die alle immer nur diese Hosen von den Männern, ey? Na gut, wir haben jetzt hier nur noch die braun, ne? Die hier sind alle ausverkauft. Mann, ey. Aber wir haben ja hier noch welche. Jetzt haben wir hier noch die. Und dann nochmal wieder so grau und schwarz sind das, glaube ich. Und dann nochmal diese Hose hier. Mal gucken. So. Können sie eigentlich nicht viel machen, außer wir die ganze Zeit hier nachfüllen. So. Habe ich noch weiße? Nö, ne? Ne. Kann ich die hier nachfüllen? Joa. Ey, warum sind denn die jetzt hier? Ach, das sind doch andere. Anscheinend. Aber gut. Was möchten sie? Verkauf beginnen, joa. Perfekt. Ja, ja, bitte sehr. Nein, ich muss jetzt ins Lager. So. Perfekt. Hallo. Nicht klauen. Dass die hier immer alle klauen wollen, ey. So, nochmal das hier auffüllen. Nochmal das hier auffüllen. Das hier nochmal auffüllen, so. Jetzt füllen wir hier alles nochmal schön auf. Perfekt. Perfekt. Jetzt haben wir hier alles aufgefüllt und wir haben auch 2000. Das heißt, wir haben auf jeden Fall Plus gemacht. Das ist doch sehr geil. Das ist doch sehr geil. So, die Kleider sind richtig und die Hosen. Ne, joa. Geil, geil, geil. Haben wir jetzt hier noch was drin? Nö. Wir haben jetzt hier alles raus. Joa, das ist doch geil. Okay. So, wir gucken mal, dass wir jetzt hier nochmal ein bisschen was einrichten können, oder? Können wir das nicht hier irgendwie mal rum? Hier bewegen. So, auf jeden Fall nebeneinander. Gut, hier ist noch einer. So, ich glaube, dann können wir jetzt gehen, ne? Gehen wir in die Karte. Hier, Fähigkeiten, reden. Persönliches Gespräch. Ey, jetzt haut er einfach ab. Kasse schließen und Tag beenden. Ja. Leute, wir haben erfolgreich den Tag beendet. Haben jetzt noch 1, 8 übrig. Und kein davon. Jetzt erstmal nochmal die ganzen Dinge neu bestellen. Bestellung, dass wir die auf jeden Fall mal als Reserve auf jeden Fall haben. Also das haben wir jetzt alles verkauft. Wir kaufen auf jeden Fall, auf jeden Fall kaufen wir wieder die. Machen wir mal wieder alle, die nicht auf 5 sind, auf 5. Also das hier 5, das hier 5, das hier 5. So, und dann lassen wir das jetzt erstmal so. Und dann gehen wir erstmal auf... Ja, Bruder, wann machen wir mal hier wieder so... Machen wir mal 1 runter. Hier, davon brauchen wir auch erstmal nur 5. So, bestellen wir das mal ganze... So, jetzt haben wir noch 520 übrig. Davon können wir jetzt aber nochmal neue Produkte kaufen. Bestellung. Artikel finden. So, dann gehen wir mal hier auf Damenbekleidung. Gehen wir hier mal auf Hosen. Und wir haben jetzt aktuell, glaube ich, nur diese 4, ne? Diese 4 haben wir. Reicht eigentlich auch, ne? Wir können aber nochmal nach Schuhe gucken, nach Sneakern. Weil das haben wir bei den Jungs noch nicht. Bei den Damen haben wir jetzt nur diese Sneakern, ne? Das heißt, hier müssen wir auch nochmal in der Farbe vielleicht nochmal 5 Stück. Und dann nochmal... Die haben wir gerade bestellt. Das heißt, wir machen nochmal Herrenbekleidung. Hier, dann auch nochmal davon 5 Stück. Und dann sollte das auch erstmal reichen. So. Okay, Bestellung aufgeben. Können jetzt mal gucken nach einer Bewerbung. Aber ich glaube, dass wir hier nichts finden. Ja. Ne, ich glaube, wir warten da nochmal ein bisschen. Leute, wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst gerne Like, Abo, Kommentar da. Schaut außerdem auf meinen Discord-Server vorbei, der ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. So wie weitere Links da sind, wie ihr zum Spiel kommt. Und so weiter und so fort. Ich würde mich freuen, wenn ihr auf jeden Fall auf den Abo-Button drückt. Denn ich will auch, oder ich möchte mit euch auf jeden Fall die 600 Abonnenten knacken. Wir haben hier aktuell die 530. Vielen, vielen Dank für euren Support. Habt einen traumhaften Tag. Haut rein, Leute, Eureklande. Ciao, ciao. Outro Outro Outro